Ich verstehe, Alter. Das ist einfach komplett boosted. Erstmal Disrespekt beim Allerchat. Ich sehe es schon wieder hier, Alter, was? Wartet die in meinem Jungle, oder? Ich bin tot. Da man. Machen wir Dings? Nee. Ich weiß es nicht, die wartet schon wieder in dem Busch. Dieses Buschkind, Alter. Warten wir wahrscheinlich in... Ah, nee, wenn ich mich in den Jungle verziehe, wartet Kindred wieder in den Busch. Pussycham, wir werden immer nur Kuh drücken und weghüpfen. Warten Kane kommt gleich um die Ecke, weil er mich irgendwo gesehen hat. Warten Ash kommt um die Ecke. Ich würde immer noch kurz zu dem Busch spielen und so denken, so, oh fuck. Warum steht der in diesem Busch? XGG. Buschhocker und Buschfigur sind alle. Oha. Hui. Hui. Im Wort war es mir wert. Ja, wenn Kevin nicht töten würde, dann würde ich nicht töten. Ich töte ja nicht. Das ist mein einziges Lebensfreude, die ich hier verspürt. Ich töte das? Was? Was? Dieses F und dieses F? Schon seit drei Jahren. Nice, Paul, nice. Das will ich von meinem Supporter sehen. Okay. Was? Was? Engagement. Ich habe wieder mit seinem Tiltkall. Ach, guck mal, wer da ist. Oh fuck. Liebe ist im Raum. Oh, er ist bei mir. Ah, ich habe ihn abgefuckt. Warum, warum, warum ist der fucking Sion nach hinten gerannt? Sion, Leute. Wenn er den Mini nicht bekommt, bekommt ihn keiner. Wieso drückst du auf Nein? Das ist mein letztes Spiel heute. Er meint's auch. Ey, jetzt schaut euch meinen krasse Wauwau an. Wauwau. Das will ich sehen. Ich bin nur ein Bystander. Das ist ein Vital. Ich hasse ihn. Das ist kein Wauwau. Wauwau. Hey, aber jetzt machst du auch mal ein schönes Wauwau. Meine. Wauwau. Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw Nein! Wah oh wah! Das war kein wah oh wah Genplay! Warte was? Eribert? Du willst wirklich ein wah oh wah in real life oder? Du kleiner Stinker! So alt! Bist du ein kleiner Lappen? Wo ist denn Rakan jetzt? Ich kann kein Englisch! Oh Kevin! Ich bin jetzt richtig am tippen alter! Permanent wah oh wah Kuroko no basket is love, Kuroko no basket is life alter! Kuroko no basket is a wah oh wah mit dem Leben! Ne Krufkrabler, wenn der Krufkrabler vor ihr erscheint Da kommt ein Lucien um die Ecke Oh nein bitte! Kommt ein Lucien um die Ecke! Oh nein! Das ist ein Lucien auch! Da setzt ein Lucien auf! Ein Lucien aufm Fahrrad! Oh Kyle hält ihr auf! Hier Eribert! Oh mon amore, oh oh wie wie! Oh, deiner Aunt ist so warm! Onkel Willi? Er ist auf Kill Willi, Kevin möchtest du uns irgendetwas sagen? Wurde von Onkel Willi etwa ununständig berührt? Auch. Ja, ständig. Auch. Ich finde ja, dass irgendwelche kuriosen Fliegen euch die ganze Zeit um die Nase fliegen. Ich kenne, wie das der One-on-One-Sword und trotzdem der Jungler die ganze Zeit entgekommt. Äh, Guys. Ja? Es ist gerade eine Auto-Attack ins Nichts verschwunden. Ähm, ich hab ne Minion angegriffen mit einer verstärkten Auto-Attacks, ich war einfach weg. Die Minion hat kein Demonstration. Kannst du nicht alles mit Auto-Attacks anstellen? Das ist echt nicht. Ich bin Magier mit Auto-Attacks. Ich bin der Magier mit der Maske, aber mit Auto-Attacks. Heute Abend ist es Zeit, die Maske abzunehmen. Hallo Leute, ich bin Cooler341 und willkommen zu einem neuen Video. Video. Vielleicht auch Format. Wahrscheinlich nicht. Nun ja. Wie soll ich das beschreiben? Einmal fangen wir doch gleich mal an. Ich weiß, meine Übergänge sind der Hammer. Jaaaa. Sie sind Zauberstab fest in der Hand. Geräte außer Rand und Pann. Oh, der Da ist hier oben ist komisch. Ich krieg mit dem kein Wah-Oh-Wah. Da rennen wir mal weg mit Potsen. So ein Kindred. Oh. 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 Oh, du bist mir jetzt schon wieder in der Auto-Attack-Appanle gekommen. Was denn? Oh Gott nein. Was macht der Blitzpring hier, Alter? Was macht der Twitch hier? Nix mehr Wauaua hier auf der Top-Lane! Bobby! Ihr Leute! Forever Wauaua! Wauauau! Das ist mein Traum! Wauauauuuu! Luschen, jetzt forciere ich ein Wauauau! Auf dem Trainingsplatz! Das machst du jetzt! Komm her! Wauauauau! Nice! Wauauauau! Wauauauauau! Wauauauauau! Okay! Ich lade zum Tanz! Wauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau Wauauua Wauauau Wauaua Was ist das? Das tut alle mit mir Es sind doch keine so ne Wauaua Wauauau Vielleicht auch nicht ein Wauaua Geht's Очes Nene Wauauauauauauauau Oka mein Wauauauauauauauau Und ich höre, jetzt steht da unten natürlich, macht den Ninde, während sein Buddy verreckt. Oh fuck, was? Das ist so eine Lollweisheit, weißt du? Die werden nicht wissen, was du von ihnen willst. Du scheiße Mann. Ey, die haben 101 verstanden. Und da sind Leute, die verstehen den Kult. Vorheiliger. Ich glaube, wir haben heute schon wieder zu viele Leute gespielt, ey. Definitiv. Es ist schon wieder halb eins, weißt du? Und Heribert hat doch zu diesem Blutzen-Spiel geladen. Das ist seine Schuld. Verziehste, ich habe nur die besten. Was? Ich kläre auch nun heute meinen neuesten Trick auf verschwindende Auto-Effacks. Kein Damage wird durchkommen. Doch wie hat der Magier es gemacht? Das ist ein bisschen... Und nicht nur ein bisschen... Scheiße. . Bis zum nächsten Mal.